so eine neue aufnahme mache ich jetzt gerade die erste nämlich wer meine seite die auch stf genannt wird seit kurzem das steht für die drei buchstaben auf der tastatur wer die seite kennt der weiß dass ich ziemlich weit unten ein paar links habe und da ist jetzt ein neuer aufgetaucht nämlich zur sogenannten hoffzeit nicht zu verwechseln mit der hochzeit und wie man hier sehen kann habe ich gerade etwas kopfschmerzen weswegen ich mal ein bisschen mich beschäftigen muss und auch bald rausgehen muss aber das wichtige ist dass ich jetzt mal auf diese seite reagieren muss denn schließlich ist das was man zu tun hat wenn konkurrenz auftaucht irgendwo dann muss sie in irgendeine art angreifen oder einfach nur zur kenntnis nehmen das kann ja auch schon das sein was hier notwendig ist was fällt mir bei dieser seite auf also mir fällt als erstes auf dass das layout etwas merkwürdig aussieht also natürlich im vergleich zu meinem perfekten layout dass wir zum beispiel hier einen riesigen oder ich fange mal oben an dass wir hier ein bild haben was ich nicht so ganz identifizieren kann sieht aus nach fliesen mit sehr ungeraden fugen dann haben wir hier ein titel auf englisch obwohl die seite vermutlich auf deutsch ist und dann haben wir hier wieder etwas englisches also die sprache ist nicht sehr eindeutig hier dann haben wir hier halt diesen großen grünen bereich der sich ziemlich weit erstreckt mit einem wink emoji der ist etwas zu allgemein wer meine seite kennt also natürlich jeder mensch auf dieser welt weiß dass ich hier keinerlei grußbotschaften eingebaut habe der grund ist ganz einfach was ist wenn jetzt zum beispiel ein nazi meine seite betritt dann würde ich den ja damit begrüßen und ja da bin ich halt etwas vorsichtig bei sowas man weiß ja nicht nachher gibt es irgendeinen massenmörder oder sonstige leute die die seite besuchen und dabei sich begrüßt fühlen und das als solidarität oder gar aufforderung zu gewalt verstehen ja die webseite ist online das ist ich weiß nicht ob das ein witz ist weil wir schließlich ja die seite hier sehen können ja wem gehört diese seite und gibt es hier etwas zu lesen also etwas zu sehen gibt es auf jeden fall wie man gerade sieht aber ich werde mir die weiteren unterseiten gleich noch ansehen erstmal zum aufbau dass wir hier navigationsbereich oben haben das finde ich sehr gut gelöst ich finde ein bisschen merkwürdig dass die projekte rechts stehen und der ganze rest links links das finde ich etwas uneinheitlich ich finde es schön dass man hier so einen effekt hat wenn man darauf zeigt auf die einträge sogar hier wo führt das dann hinter links sehe ich das hier so es wird bei dem browser mir gar nicht angezeigt und naja was haben wir hier ein zufälliges herbstbild sehen wir das ist auch ganz lustig weil das aber zum hintergrund komme ich gleich zum technischen ach was egal zum hintergrund komme ich jetzt nämlich ist das in javascript gelöst worden was ich gut finde javascript ist eine gute technik die man verwendet wenn man ein guter mensch ist ja hier oben sehe ich gleich was ich eben schon vermutet habe nicht nur als doc type groß geschrieben was mich einfach nur nervt sondern hier oben ist angegeben dass die sprache auf englisch sei was nicht so ganz der fall ist wie wir sehen können also dann muss ich wohl eine kleine nachhilfe in html hier kurz geben lenk ist eine abkürzung für language und das soll bezeichnen in welcher sprache das dokument verfasst ist dann haben wir eine style sheet und ich muss mir nicht alles genau angucken oder beschreiben hier haben wir ein countdown datum das nicht mehr verwendet wird das stand für das hier und das erklärt jetzt auch warum mir steht dass die webseite online dass ich gehe davon aus dass es ein counter ist der angeben sollte bis wann wie lang es dauert bis die webseite online ist vielleicht weil die auf irgendwelchen demonstration plattform vorher gehostet war den hätte man dann vielleicht wieder rausnehmen können aber naja das wäre zu viel verlangt was haben wir dann noch hier ja hier ist der teil wo die bilder ausgewählt werden hier haben wir eine liste mit bild urls und hier ist dann ein code der eins dieser bilder auswählt und dann hier über einem leicht merkwürdiges verfahren ein html code einfügt das ganze hätte ich über document write gemacht das wäre dann in line gewesen ohne irgendwelche elemente nachhinein modifizieren zu müssen oder man ach egal ja hier unten sind wieder andere sachen ach so wie haben wir buttons leere buttons in denen nichts drin steht merkwürdig wo sind denn diese buttons ach so ah ich verstehe das sollen links pseudo links sein auf denen potenzielle besucher raufklicken wollen um dann verarscht zu werden das ist eine lustige idee das finde ich sehr merkwürdig den linken button hier weil da ja gar nichts drin steht nerven 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 ich verstehe nicht ganz was der witz dabei sein soll es gibt wahrscheinlich einen ich habe bevor ich mir den code angeguckt habe mich schon geärgert über den dritten button aber jetzt wissen wir dass gar nichts wirklich passt ach mist es passiert doch etwas schnell wieder zurück ich habe keine lust mehr youtube videos anzugucken das finde ich jetzt doof dass da nicht auch eine verarschungs nachricht kommt sondern man auf ein video umgeleitet wird auch wenn das vielleicht ein verarschungs video ist aber das fand ich nicht schön dass da ein katzen symbol drin ist finde ich auch noch nerviger und dass punkte in den buttons drin sind finde ich auch nervig aber egal ich will erstmal weitermachen hier haben wir zwei seiten die mit einem roten x als nicht gut gekennzeichnet sind beziehungsweise unwichtig was den mehrwert angeht was diese seiten liefern sind die vielleicht auch wirklich unwichtig das will ich nicht wirklich beurteilen also ich habe zumindest eine der beiden seiten auch auf meiner seite verlinkt aber wie ja schon die beschreibung gesagt wer etwas mehr als minecraft im leben haben möchte und eben nicht nur gaming als sein lebenssinn versteht der würde diese seiten ziemlich unwichtig finden so machen wir mal weiter nach einer kleinen unterbrechung aber es gibt ja zum glück auch gute seiten nämlich einmal diese seite hier die kennen wir bereits das ist die seite sdf und diese andere seite die ich persönlich nicht so gut finde und außerdem auch wieder ein katzen symbol hat was für mich auch wieder ein großes problem darstellt die seite war auch meine ich nicht so gut aber naja die seite jedenfalls ist gut und das finde ich sehr gut dass diese seite in dieser weise hier verlinkt wird dann haben wir ein gitter profil auf dem wir diese den quelltext dieser seite finden meine ich ein youtube-kanal auf dem es keine inhalte gibt kennt man und das ist egal ach ja ganz kurz hof alex company das finde ich etwas merkwürdig dass wir hier einen nach jurist juristischen text anbootenden text haben aber dann eine company verzeichnet ist die meine ich nicht wirklich existiert ich kann ja mal kurz gucken aber ich bin ziemlich sicher dass es keine hof alex company gibt und wenn das nämlich der fall ist dass diese seite nicht gibt werde ich natürlich gleich eine anzeige sofort aufgeben es sieht sehr danach aus dass diese seite nicht gibt ich will mich also jetzt hiermit schon mal vorsichtshalber distanzieren von dieser betrüger seite also bitte öffnet nicht diese seite und klickt hier auch nicht auf irgendwelche links weil man weiß ja nicht vielleicht wird man irgendwie abgezockt oder ja irgendetwas anderes betrügerisches auf das man dann gebracht wird unabsichtlich dann haben wir hier eine rubrik die blog heißt ja eher eine zeitung da bin ich jetzt gespannt ob es wirklich eher eine zeitung ist weil eine zeitung hat normalerweise mehr als nur einen einzigen text mal gucken jetzt haben wir wieder nur einen einzigen text das finde ich gut der text ist neu auf den werde ich dann gleich das ist ein kleines spezial hier reagieren letztens war da so ein toller text über autos den ich eigentlich lustig fand genug um allein darüber ein video zu machen ja ich werde also über etwas anderes reden müssen gleich und ja diese anderen artikel hier sind auch sehr toll das erinnert mich an meine projektseite ich habe ja falls es jemand noch nicht weiß gibt es eine projektseite bei mir ja also so sieht meine projektseite aus meine echte projektseite und an die habe ich mich etwas erinnert gefühlt als ich diese artikel hier gesehen habe aber ich gehe mal davon aus dass es ein platzhalter ist und später noch weitere artikel folgen ein bisschen schade dass der artikel der vorher da war jetzt nicht mehr da ist aber ja dann war der vielleicht auch wirklich nicht gut ich möchte jetzt mal diesen artikel mir durchlesen ah knoten 2 dann möchte ich erstmal gucken was passiert wenn ich knoten 1 eingebe das ist einfach meine natürlich neugier vielleicht existiert ja noch ach ach so gut also der andere artikel existiert nicht mehr das ist gut auch dass wir hier wieder im rechtsbereich sind ist sehr schön das zu sehen also es gibt hier eine aufforderung hier jemanden zu wählen und leute zu wählen das finde ich ganz akzeptabel ich finde auch gut dass hier inhalte stehen ich will jetzt nicht weiter auf den inhalt hier eingehen ich möchte jetzt einfach wieder zurück zur seite gehen weil der artikel vermutlich doch nicht so lustig ist wie ich gedacht habe hier haben wir einen empfehlungsartikel in dem man keine empfehlung bekommt oder wenige empfehlungen bekommt es kann gut sein dass es eine gute empfehlung ist ich weiß es nicht mehr genau dann gibt es noch einen artikel ich selbst ich möchte auf diesen artikel nicht zu viel eingehen aber ich möchte auf einen kleinen Fehler hinweisen den ich gefunden habe nämlich gibt es hier unten irgendwo die ach ja einmal ganz lustig fand ich das ist hier die Aufzählung von Brüdern und Schwestern was man übrigens auch kleiner Deutsch-Tipp als Geschwister bezeichnen kann gibt allerdings gibt es hier auch eine Anzahl an Thekenschalen das fand ich hilarious wie man auf Englisch so schön sagt und hier unten steht dann noch bei Preise und Auszeichnung Mathe Leerzeichen BIM Leerzeichen Advent Leerzeichen Gewinner und das hat mich daran erinnert dass man vielleicht nicht nur bei Mathe im Advent was ja schon mal was ist mitmachen sollte sondern man hätte vielleicht auch beim Grammatik in Grammatik am Ostern hätte man vielleicht auch mitmachen können also wenn es das nicht gibt diesen Verein muss ich den vielleicht einführen da könnte man vielleicht auch mal mitmachen ja hier haben wir noch eine Freundesskala die ich etwas gemein finde für LS weil wie man sehen kann ist LS gar nicht mehr in der Skala drin also wer auch immer das ist tut mir leicht leid dafür nicht mehr in der Skala unterhalten zu sein das heißt vielleicht dass es ein Erzfeind ist das wissen wir jetzt nicht so genau ja hier ist wieder die Lieblingsmusik und die Lieblingsfilme die sind identisch mit der Seite vorher nur halt dass bei Filme vielleicht dieser Anstaltseintrag noch zu erwähnen wäre übrigens ein kleiner technischer Hinweis was hier gut umgesetzt wurde technisch weise nicht aber auf jeden Fall praktisch dass wir hier den gleichen Footer auf jeder Seite haben und nicht wie auf manchen anderen Seiten ich jetzt hier nicht erwähnen möchte verschiedene Footer auf verschiedenen Seiten haben und das wurde mit einem Frame gemacht wahrscheinlich denke ich jetzt mal also ich gehe davon aus dass derjenige der das gemacht hat wir sehen es auch an dem grauen Rahmen hier ein bisschen dass der schlau genug war nicht den Footer zu kopieren auf jeder Seite weil das wäre sehr aufwendig wenn man dann irgendwas verändern möchte im Footer dann muss man jede einzelne Seite bearbeiten das ist dann sehr nervig jetzt möchte ich nochmal ganz kurz in den Quelltex reingucken weil es garantiert auch hier irgendetwas anzumerken gibt das Schöne an der Quelltex Ansicht ist dass wir gleich Fehler in Rot hervorgehoben haben bekommen und hier ist es Rot irgendetwas ist Rot ja das ist der Fehler an der Stelle hätte ein Leerzeichen dazwischen gemusst also zwischen dem Wert des vorherigen Attributs und dem Namen des nächsten Attributes hätte ein Leerzeichen hingemusst das sollte man wissen eigentlich es ist schade dass jetzt derjenige der das hier gemacht hat das nicht bemerkt hat eine Qualitätskontrolle sollte man vielleicht einführen dann gibt es wahrscheinlich ach ja Folgefehler hier haben wir nochmal das gleiche dann gibt es höchstwahrscheinlich noch irgendwo anders Fehler die man hier erkennen kann hier finde ich bestimmt noch einen Fehler ich finde merkwürdig dass keine Leerzeichen zwischen diesen Emojis und dem Text untergelassen wurden ich finde schade dass auch hier wieder ein Fehler drin ist aber das ist der Folgefehler gut dann ist das die Reaktion gewesen ich beende dann jetzt diese Aufnahme und diese eine Pause mittendrin ob ich die jetzt rausschneiden werde vermutlich nicht ist ja egal Qualität ist unwichtig bei meinem Kanal bei meinem Kanal geht es einfach um die Intelligenz desjenigen der das Video produziert und nicht um die Qualität